Willkommen zu diesem kleinen Video und zwar spielen wir Skywars auf dem Server Arkham Network ja hab mir mal gedacht, machen wir mal wieder was mit Minecraft so ein bisschen und ja, nutzen wir das noch mal so ein bisschen als Infovideo so ein kleines aber wir gehen jetzt mal rein, ich hab einmal eine Runde gespielt und habe, muss ich sagen, grandios verkackt Bomber, ach Gott, was das denn ist, das hab ich ja noch gar nicht gesehen noch ein bisschen Wascha muss ich sagen, ich hab überhaupt nichts da drin Hallo? Ech, mh, das ist eben bei mir gar nicht gekommen deshalb kenn ich das jetzt auch noch nicht es ist ja nicht mit der erste Runde gespielt, eigentlich wollte ich ja Hanger Game spielen, allerdings find ich dieses Gauer-Ding eigentlich schon ganz cool ähm ja, man startet halt in einer dieser Inseln ich glaub eben war ich da hinten da und äh ja, war nur ein Spieler und dann startet das und das Ziel ist halt einfach alle zu töten und ich hab mir mal so gedacht, wir sind mal nicht so doof und ähm ja, schaffen das jetzt eigentlich relativ gut ähm, ich muss auch nochmal jetzt hier gleich mal vielleicht ein bisschen gucken, dass das, ne das ist doof ja, so ist besser für drei Sekunden und äh, ja wir werden jetzt öfter sowas spielen äh, auch halt mit anderen ich nehm mal den Bogen, ist gut, die Enderperlen sind sehr gut das brauche ich auch alles äh, guck mal was ist hier drin hier ist nochmal mein Eisenschwert hier ist ne Angel äh, warte kurz, da packe ich was da rein ich gucke immer was lohnt sich mitzunehmen direkt, weil eigentlich lohnt sich nicht alles mitzunehmen so viel soll gesagt sein äh, Angelblub dahin was ist das eigentlich für ein Spanner mein Freund, nö, tschö so sieht's aus goldene Äpfel sind sau wichtig würde ich mal kurz schon sagen ähm, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem was wir ja gekriegt haben meistens verschanze ich mich ja ähm, also als Insel äh, wichtig ist aber also, dass man immer bessere Items kriegt äh und wir haben ja hier auch eine, eine Angel können wir mal gucken, ob wir vielleicht da hinten wären das können wir ja gar nicht jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da rüberkommen ja, erstmal müssen wir mal würde ich mal sagen oh fuck, da ist schon wieder so diese, das sind diese blöden Kinder die immer in die Mitte mussten warte, ich hab ja ne Änderplatte darum geh ich das hier mal rein so, und zack sind wir weg I hope ah, Enchantment Table ja Bottle of Invisible boah, das ist gut, dass wir gekriegt haben das war sehr gut das brauch ich nur noch paar Bücherregale kann ich mich hier irgendwie runtergraben kann ich mich hier irgendwie runtergraben so ich würde mich diesen scheiß Enchantment Table mal aufbauen also das ist jetzt nicht scheiße der Enchantment Table, aber ihr wisst was ich meine ich sollte mich mal vielleicht ducken das wäre eigentlich relativ schlau ok ok Rüstung aus das erste Schwert Scharpen ist sehr gut ähm die Elf packen wir drauf Projektil Protection das ist auch gut noch ein Level hoffentlich können wir noch ein Level was hier drauf packen ich hätte mir vielleicht ähm ah super, das war natürlich jetzt doof ich hätte mir vielleicht mal meinen Bogen verzaubern sollen hab ich noch irgendwas ich hab noch mal einen Invisible Trank also einen Unsichtbarkeitstrank die packe ich mal hier unten hin die Enderperlen zum Abhauen sind schlau und mit denen kannst du hier auch noch mal ein bisschen runterhauen so das ist natürlich jetzt doof wenn da oben einer steht aber hier steht keiner das ist schon mal gut ok da hinten ist er da hinten ist er jetzt kommt er gleich hier rüber wenn der hier rüber kommt ah der wird meine Rüstung sehen ne super was ist der nein 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 ja wir haben gewonnen nein wir haben nicht gewonnen nein wir haben nicht gewonnen scheiße ich hab da jetzt nur so heißt One gelesen aha wir haben nicht gewonnen schade ja wir waren immer nicht so schlecht wir waren vorletzte ich hab einen getötet und äh ja wie lange nehme ich jetzt auf warte Moment ähm ich guck mal wie lange ich aufnehme vielleicht klingt schon einer an ansonsten wir sind so viel mal wieder ich guck kurz nach ja waren jetzt nur 5 Minuten ähm ich würd sagen machen wir noch ne Runde ähm wir haben mal wieder nichts wir haben mal wieder nichts müssen wir jetzt wieder kurz warten ja und wie oh was wo hä das wäre wieder eine komplett andere Map also in der Mitte sind immer die richtig guten Sachen das heißt wir werden auch dieses Mal super da ist natürlich einer wir werden dieses Mal auch direkt versuchen ähm da hin zu kommen da relativ schnell in die Mitte und ich glaub bei denen ist es auch gut man muss die einfach runterschlagen die ähm Leute ich glaub ich hätte eben mich unsichtbar machen müssen die Rüstung ausziehen müssen also wenn man unsichtbarkeitsdrang hat hat man eigentlich wenn man nicht so doof ist wie ich so gut wie gewonnen würde ich sagen ich würd mal sagen wir wir verkriechen uns dann ähm zwei Spiele sind noch brauchen wir noch so ich hab gerade Freistunde deshalb kann ich das mal hier mittendrin aufnehmen renne ich das gleich mal durch also jetzt noch kurz ähm game starting in 10 seconds ähm ich find das ach ne da okay ähm wir gucken ich hoffe mal wir haben ordentliche Items äh wie gesagt ich bin auch noch der totale Vollnut da drin also nicht wundern okay ich brauche die Pfeile sind wichtig das ist wichtig das ist auch wichtig das ist wichtig ich hätte gern ein ordentliches Schwert muss ich ja sagen ähm da ist ein Brusthahn nicht den ich brauche was ist das Regeneration ein Bogen ist saugut ich hab aber nur scheiß Schwert da abbekommen wo 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 ist der wo ist der wo ist der wo ist die Nut vellente tschööööö crude tschööö ja super ne das ist ja echt vielleichtétais blöd ne komm mach mir noch eins wir sind ja wir sind dir drin dann muss ich irgendetwas machen das ist gleich Start oder sowas. Das ist gleich Help. Okay, wir haben 6 von 6. Ach Gott, wir sind wieder in diesen Burgen, ne? Ja, aber es sollte ja klappen. Sollte ja klappen. So. Diamante. Das Schwert ist saugut, das ist gut. Warte, dann packe ich mal direkt die Sachen rein. Erstmal mache ich ja meine Wüstungen am Anfang, versuche ich vorzukriegen. Bogen. Befeile. Das rein. Invisible. Okay, das ist natürlich saugut. Das heißt, wir werden jetzt hier höchstwahrscheinlich... Regenerationstrank, den Bogen nehme ich auch mal mit. Das habe ich noch nicht an, ich habe keine Schuhe. Wo sind die Schuhe? Ah, da. Nein, 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 nein. Nein, was bist du für eine Nutte? Was bist du für eine Nutte? Entschuldigung. Aber, ich bin einfach scheiße. Komm, nochmal. Ey. Ja, kann jetzt mal einer... Was? Da. 10 Sekunden. Okay, ich bin einfach scheiße. Das ist halt auch wirklich das erste Mal so richtig, dass ich spiele. Ich muss halt damit einfach mal... Man nimmt einfach, glaube ich, am besten alles mit. Und nicht so wie ich. Erstmal in die Mitte zu kommen, ist, glaube ich, sehr schlau. Eisenschwert brauchen wir. Das, das, das brauchen wir. Ich nehme nur die... Zack, zack. Okay, das haben wir an. Das ist besser. Zack, zack. Zack, zack. Den brauchen wir. Wir brauchen die Sachen. Wir brauchen die Sachen. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Und da kommt schon die erste Nutte. Wir müssen sich wieder anbitchen. Wir haben einfach... Jetzt mal allen Ernstes. Wir haben keinen. Und ich habe es da nicht gehabt. Ähm, bisschen Wasser ist schlau. Das ist sehr schlau. Dann würde ich mal was sagen. Mache ich das mal kurz so. Dann brauche ich die. Und dann werde ich hier mal... Okay, Monsieur ist schon tot. Habe ich ihn runtergeschmissen? Ja, sehr gut. Komme ich da mit der Angel ran? Also, ich hoffe mal, der hat keine Angel. Dann wünsche ich mich im Arsch. Warte, ich versuche mal, in die Mitte zu kommen. Das ist, glaube ich, am schlausten. Okay, ich habe in die Mitte. In der Mitte sind wir vorläufig sicher. Das ist nur eine Scheiße. Ah, der hat eine Diamant-Axe. What the fuck? Nein, hier. Wasserbucket wollte ich hier machen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht raus. Na super. Na klar. Ey. Ey, wie viel sind wir? Okay, komm. Letzte Runde. Sag ich aber schon eigentlich die ganze Zeit. Aber letzte Runde. Wie viel haben wir? Ja, komm, wir spielen noch nicht lang. Wir sterben ja mal sofort. Na super. Ja, dann bekommen die nämlich Geld. Und mit dem Geld können sie sich Standardausrüstung holen. Das ist halt das Asoziale. Wir müssen, man muss halt einfach Maskei-War gewinnen. Ich glaube, wir spielen das auch meist in nächster Zeit häufiger. Also ich kann ja mal so sagen, was ich so geplant habe bis jetzt. Ich habe momentan an Projekten Pangasia laufen. Da komme ich aber nicht mehr auf den Server. Das heißt, momentan ist das eh so auf Eis gelegt. Das ist immer, wenn ich da bin. Ich habe eigentlich nicht an. Wie heißt das? Ah ja. Tomb Raider. Das wird wir kurz vorm Ende. Auch mit Wutbeversiv aufgenommen. Das muss ich nochmal raushauen jetzt. Und dann läuft so. Wenn Tomb Raider fertig ist, soll dann eigentlich immer so Assassin's Creed as Let's Play laufen. Plus halt dann immer kein neues, zweites Let's Play. Sondern nur ein Let's Play. Was ich dann immer machen werde. Plus halt irgendwelche Sachen wie Sky War oder Hangar Games oder vielleicht irgendwas mit anderen Leuten auch zusammen. Also halt das Gute. Du kannst halt sagen, wenn man mit anderen Leuten das spielt, du sagst, Sky War pausiert. Und es ist nicht wirklich schlimm, weißt du? Weil es ist ja so, dass du jedes Video eigentlich... Du musst die nächste Reihenfolge einzhalten, um was zu verstehen. Das meine ich damit. Ja, verstehst du? Wenn du bei einem Let's Play, das doof ist, glaube ich, wenn du... Oh, ja! Meine Fresse sind wir gut jetzt gerade mal. Zack, 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 zack. Wo ist die nächste Truhe? Ah, da. Die ist wichtig. Das ist wichtig. Die Schneebälle sind wichtig. Die sind wichtig. Ähm, packen wir so hin. Zack, 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 zack. Kaktus, kakt, zack, zack. Ähm, hier unten haben wir Eisen. Ähm, brauche ich aber eigentlich soweit gar nicht. So wie ich das sehe. Das ist vielleicht mal schlau. Dann ist es vielleicht schlau, sich hier einen Kaktus hinzubauen. So, dann sollten wir jetzt mal versuchen, da hinzukommen. Ah, das ist das Problem, ne? Scheiße. Ah, so würde ich sagen. Nein! Ja, okay, weißt du was, sonst spiele ich das ja echt noch immer weiter. Vielleicht nehme ich jetzt noch was auf. Egal, ich verabschiede mich für diese Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lang sie war. Ich hoffe mal, sie war dann genug. Ähm, können wir ein bisschen erkunden. Habe ich noch gar nicht gemacht. Hm, es gibt genial. Ha, ha, ha. Oh, da ist eine Kiste. Nee, ich habe keine permission toben, der Kiste. Dort, Kiste. Er sehe ich, er, ja. Oh, da. Da ist er was. Sehr doof. Ich dachte, ich kann nur was machen, ey. Komm, wir spielen. Ich bin das Buschkind. Hm. Seht mich nicht. Nee, ich kann nicht. Ihr könnt mich auch nicht. Nee, 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 nee. Ähm, äh, ja. Ähm, vielleicht sehen wir uns mal mit nochmal einem Andal auf dem Server. Das wäre gleich los. Hier kann man ein Team machen. Und, äh, ansonsten würde ich sagen, ich kann den da reinschmeißen, verabschiede ich mich und zwar mit einem gekonnten Sprung hier rein. Bis dahin. Ciao.